Kaum noch gespielt. Und die Jets, die fliegen. Also die Killer werden ganz schön gemobbt hier im Moment. Dbd-Szene. Ist doch lustig. Ist doch schön für uns. Lass mal es verweilen. An wen kann ich mich ranhängen jetzt hier? Äh, was spielst du? Peng Ming, ja? Ich bin Peng Ming, ja? Mit rotem Shirt. Ja, genau. Wir haben eine Huntress. Wahrscheinlich eine Huntress mit One-Shot-Exten. Ja. Was redet ihr da? Ich versteh kein Wort. Sie kann mit ihren Äxten auf den Boden hauen. Ich habe jetzt noch mal drüber nachgedacht und ich habe es verstanden. Mann, Triss, wie kommt die mit der Axt hier angerannt? Ich glaube, ich werde als erster sterben. Ja, ja, doch. Wer ist denn hier die Mech? Komm zu uns, du siehst doch. Ja, genau. Guten Tag. Ich habe einen Schlüssel. Ja, okay. Da kann aber diese Quicktime-Events immer. Das macht Mut. Ich wollte ja nur mal vorwarnen. Lasse. Oh, hier. Alles klar. Knutsch, oder was? Oder was war das? Das war chinesische Böller. Ja. Nee, dich meinte ich jetzt nicht. Achso. Meinte den, der mir ins Gesicht gelaufen ist. Das war ein bisschen, ein bisschen Zuneigung. Wer wird da verfolgt? Ich. Ich kann gerade sagen. Irgendwer wird es da. Ich mach das schon. Also, ich würde nicht in die One-Shot-Exte reinlaufen und helfen. Wow, schön gemacht. Schön gemacht. Oh, ha. Und tschüss. Hi. Jo, Niki hier, oder was hier? Wahnsinn. Niki, klasse, Niki, klasse. Mir geht das ja immer auf den Sack, wenn die da so rumsummt, ne? Boah. Na, das machen wir schon. Jetzt attacken. Das ist irgendwie eigentlich so ein... Oh, 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 Gott. Das ist jetzt ganz blöd gelaufen. Da ist jetzt aber ein bisschen... Ganz scheiße gelaufen. Oh, Gott. Da ist jetzt ein bisschen ausgerutscht. Was macht ihr? Ja, wir beschäftigen sie. Komm, geht zu den Generatoren hin. Ja, hab ich gemerkt. Ich saß direkt daneben. Ja, so muss das sein. War das denn gerade? War das ein Vogel? Sie hat mich verloren. Echt? Ja. Richtig heil? Kannste machen. Müssen wir aufpassen, und nicht, dass ich mir aus Kolonien kacke? Nein, ich habe kein Problem. Ja, pass. Ich bin da schon hin. Ich bin da, ich bin da, ich bin da schöne Notrufheiler hier. Guck mal, Batz. Nebenbei wackele ich noch schön mit der Hüfte. Ey, was ist mit dir los, Niki? Ist alles okay? Ja, alles besten. Auf einmal brummt der ganze Discord-Channel irgendwie. Oh, weiter geht's. Hast du Angst? Hä, wieso? Ist doch hierbei. Wir rennen uns alle gegenseitig. Wir schützen uns. Hallo. Oh Gott. Gib euch. Ja, ich fang, ich bin scheiße. Ich geh wieder. Komm hier weiter da, üben. Ja, ich mach doch. Lass deine fünf Stunden kreisen. Oder was? Ich glaube, ich fang kackst wieder. Ich gebe euch gleich. Dann tunke ich dich hier in so eine Badewanne mit. Nein, nein, nein. Da ist gar kein Wasser drin. Ja, macht doch mehr Spaß. Oh, der Puls kommt. Wir machen ihn noch fertig. Wir machen ihn noch fertig. Wir machen ihn noch fertig. Mann, Niki, was machst du denn? Du schieb dich alle her. Aaaaah! Nein, die rentet er mir her. Aaaaah! Nein, 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 nein. Alles gut, alles gut. Wir können Jen weiter machen. Ja, Niki, super, klasse. Ich glaube, es sind alle vor dem Jen weggerannt. Jawohl, Party. Ui, ui, ui. Niki, komm her. Wer ist das? Wer ist das? Oh, nein, Niki, geh weg. Oh mein Gott. Wow, Niki, nice. Geh weg! Oh Gott! Nein, Entschuldigung, das war doch nicht extra. Karin, mach mal Platz. Platz. Guck mal, wie sie die killt, ey. Die wird sie killen. Nein, nein. Kann sie doch gar nicht, sie muss sie erst auch nicht. Kann sie doch gar nicht, sie muss sie erst auch nicht. Ja. Lass uns die rennen, Niki, wir rennen dich. Keine Sorge, Mann, wir machen das schon. Mordliebe und so. Ich komm nicht vorbei, ich komm nicht vorbei. Wir müssen die blockieren, wir müssen die blockieren. Komm, yeah! Ola, der hat sich gehauen. Die Drecksau. Ich geh mal in den Schrank rein, vielleicht fühlt das... Oh, ne, das war jetzt nicht so gut. Oh, ich sollte wieder rausgehen, vielleicht. Ah! Das war kein, das war kein guter Move. Hat sie schon Echse geworfen? Nee. Ja, hat sie. Ach so, ja doch. Hat sie und sie hat nicht gewonnen, Hitschitz? Komm schon! Sie hat mich aber auch nicht getroffen. Ach so, okay. Ich hab es nicht, ich hab es nicht, ich hab es nicht, ich hab es nicht, ich hab es nicht zu vermachen! Ja! Jawohl, Baby. Sehr schön. Nein! Oh Gott. Niki, du machst das klasse! Ja. War das überhaupt Niki? Heizt du dich gerade, Niki? Ja. Ach so, ja, machst du super! Aber du bist hier nicht vorbeigelaufen. Ich weiß, ich dachte, das wäre jemand anderes. Ich bin gerade auf dem Fuhr, ja. Niki, Niki, hey! Hey! Oh, nein! Halt dich. Du kriegst Besuch mit, ne? Oh Gott! Ich muss ganz schnell wieder gehen. Ich wusste noch nicht, dass die hinter mir herrennen. Oh Gott. Ah! Ich hab die nicht gehört, wirklich nicht. Ich war gar nicht drauf fokussiert. Ey, ich bin so unfähig, ich bin richtig... Ja, ich bin tot, ne? Wow. Was? Ey, du hinkst doch gar nicht. Doch? Doch, sie hinkst schon einmal. Das stimmt. Oh, ich sollte, glaube ich, gehen. Wo ist der hin? Ne, wir lassen dich nicht gehen. So schnell. Kommt wieder. Wo kommst du denn? Wo kommst du denn? Da kommst du. Ah! Nicht mein... Och, nö! Ey, warum nicht? Ich hab mir grad Pflaster aufgeklebt, ey! Bob ist gepackt. Nein! Nein, ja, ja. Aaaah! Ah! Ah! Ich bin bisher nicht so ne große Hilfe. Ein Generator noch, kommt! Ey! Nein! Niki stirbt! Niki wird gekillt! Niki wird gekillt! Nein! Och, Niki! Lauf doch gar nicht hin! Lauf nicht da hin! Ich wollt' Niki retten, aber er war schon gekillt, ich weiß doch! Mann, Niki, warum musst du auch den Killer mal anziehen, ey? Du bist doch kein Kanonenboden, oder? Immer! Supi! Scheiße! Ich hasse dieses Spiel, ich hasse... Also ich hab zweimal, glaub ich, den Killer zu Niki ihn gebracht. Ja, dankeschön! Das war aber keine Absicht. Komm mal auf! Ja, okay, Entschuldigung! Wenn das die Definition von Mottliebe ist, wissen wir Bescheid. Dankeschön, vielen, vielen herzlichen Dank. Können wir uns jetzt... Sollen wir uns gegenseitig heilen jetzt hier? Oh ja, klasse. Alter, einmal angrabbeln. Hey, Niki lebt ja noch! Ja! Warum lebst du noch, Niki? Ich dachte, die hat hier Mori dabei und sowas. Ich hab sie freigeblendet mit der Taschenlampe. So, jetzt müssen wir nur noch... Hey, Niki! Komm her! Was ist... Vorsicht, die läuft auf uns zu! Vorsicht, die läuft auf uns zu! Nein, ich rette Niki jetzt. Okay, wir sollten vielleicht gehen. Was? Dann ist mir zu viel Stress hier! Lauf! Mann, wo ist denn hier noch ein Jen? Hat sie diese Mem? Die Dreck Saudi! Ich komm nicht mehr klar. Niki? Wie geht's aus? Ja, jetzt gut. Ich hab gleich Kilometer Geld. Ja, irgendwo muss hier so... Scheiß Generator sein! Ich... Ich weiß es doch auch nicht! Niki! Ja, in der Mitte! In der Mitte ist halt einer, ne? Oh! Da ist ein Brennendes Toten! Jetzt muss ich berühren! Niki! Was hat sie denn für'n Fluch bei? Oder auch nicht! Äh, warte mal! Okay, sie ist gerade auf dich getriggert, ne? Ja! Klasse! Das ist der Plan dahinter! Guck mal, Niki! Sauber! Und bam! Falk mich nicht weiter! Let's go! Oh Gott! Nein, Niki! Jaaa! Hi! Is... Oh mein Gott! Tschüss! Sind ihr vorbei gerannt? Oh! Ja! Oh, hier hat gleich jemanden Donnerwetter! Warte! Ach, Alter! Aber... Rente die hinterher? Wie sieht's aus? Was hat die dabei? Für'n Gen... Ich weiß nicht, was die dabei hat! Ich glaub, sie nutzt das nicht! Ich hab' keine Ahnung! Die guckt bestimmt den Stream, die Sau! Aber sie hat keine Ex zu mehr, ne? Das ist der Killer! Das ist der Killer! Der Killer rennt ihr immer noch hinterher, Niki! Falls du das noch nicht wusstest! Äh... Ausgaben! Boah! Was ein Move! Nicht in die Mitte laufen! Okay, ja, ja! Wir laufen weg! Ich weiß nicht, warum ich die Palette grad runtergemacht... Oh! Los, gut! Ich sag' ja, Ausgaben! Woah! Sackgasse! Ich werd' nicht überleben! Ich werd' sterben! Ich werd' sterben! Ich werd' sterben! Ich werd' sterben! Ah! 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 Ich mach' das klasse! Ich bin der Wahnsinn! Ohhh! Ich hänge fest! Wenn du nicht um den Ausgang rennst! Ja ich... Ich versuch'... Oh! Die wird mich jetzt wegtrauen! Ne, mach's sie nicht! Mach's sie nicht! Du Sau, du! Die wird jetzt gucken, ob hier jemand ist! Ne, mach's sie nicht! Die macht's nicht! Jetzt heb's mich hoch! Na komm! Trau' mich weg! Komm! Komm, Pumba, komm. Nee, die will mich töten! Die will mich töten! Nein! Nein! Ihr habt mich auf die gewissen! Warum? Habt ihr den anderen Ausgang offen? Ja, aber ich find den gerade nicht. Alle wollen zum Ausgang, Niki baut ihr welche Tote. Und ich hab da so eine Eule am Arsch! Ich bin doch schon ausgang. Achso. Aua, das war der... Hallo? Das war der Stein. Warum tust du das? Hau doch nicht hin. Ah, da ist ein Ausgang! Ah, mal wie, mal wie, mal wie, mal wie. Äh, ei. Raus, 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 raus! Ja, wenn sie noch fünfmal daneben haut, ey! Das arme Krankenhaus! Oh oh. Oh 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 oh! Kann sie nicht werfen mit Wurfmessern? Ja doch, kann sie schon, aber sie hat's nicht gemacht. Warum hat sie's nicht gemacht? Was denn da passiert? Ja, wir sind ja alle entkommen! Ah nee, warte mal, stimmt, da war ja was. Sie hatte grünes Mori? Ganz komisch, ganz, ganz. Alles. Na klar, ein Survivor halt, ne? Hm? Ja, alle sind wieder entkommen, ne? Außer ich. Danke. Wo dran liegt's. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.